Also ein Jahr Physik mit der iPad-Klasse und ich stelle kurz die Tools-Vorräte, also nicht über Schülers und den Unterricht, sondern über was man mit verschiedenen Sachen machen kann. Also ich habe in der Mechanik auch mit Wochenplänen, Handlisten gearbeitet und die Schülerinnen haben hier abhaken können in ihrem OneNote, ob sie es gut oder schlecht gemacht haben. Da gab es auch immer den QR-Code oder den Link. Deswegen, wir haben in der Physik nicht nur so Aufgaben, das Interessante ist, wenn wir Aufgaben haben, dann gibt es die Möglichkeit, die Lösung als PDF anzuschauen, als Erklärvideo sich an mich zu wenden oder an Mitschüler zu wenden. Also diese vier verschiedenen Möglichkeiten sind mir sehr wichtig, dass jeder seinen Weg findet. Die Erklärvideos muss man halt leider alle selber machen, weil das Buch aus Papier ist. Wir haben oft Versuche gemacht, zum Beispiel diesen Dehnungsversuch, eine Stunde ein Versuch. Aber bei der Optik habe ich mehrere Optionen für die gleiche Stunde gehabt. Das heißt, die Schüler haben da selber geschaut, was sie wollten. Und mein Lernzirkel geht auch mit Papier, ist mit Papier aber aufwendig. Ich nenne es hier mal Kopierschlacht. Also ein großes Materialangebot verlangt viel Papier und das ist einfacher, wird deswegen leichter gemacht, wenn man ein Tablet hat. Dann die Tafelbilder sind natürlich online. Das heißt, wer krank ist, sieht das hier alles. Das ist hier, also Inhaltsbibliothek, Optik, das sehen die. Nur für Lehrer ist meine Vorbereitung, Zusammenarbeit, da kann man in Teams arbeiten. Und hier, da sind die einzelnen Schüler, kann ich sehen, was die so machen. Was denen gefallen hat, bei einem Versuch zur Kerze kann man auch Fotos einfügen. Ich liebe Zeichnungen, ab und zu kann man aber Fotos beschriften, finde ich gut. Und wenn man in so ein Heft mal reinschaut, die Handschrift geht nicht unter. Die schreiben mit dem Stift digital und machen das auch sehr gut. Also es geht jetzt hier digitales Heft oder Papierheft, nicht Handschrift oder keine Handschrift. Und bei Schülern oder Schülerinnen, die sich schwer tun damit, da ist es nicht die Frage digitales Heft oder Papierheft. Da ist einfach die Frage digitales Heft oder Zettelsammlung. Und da ist nach unserer Erfahrung das Digitale nicht perfekt, aber immer noch besser als die Zettelsammlung, die sie sonst so haben. Also die Herausforderungen sind klar. Wir brauchen mehr Individualisierung. Das Lernen muss mehr auf Neugierde funktionieren. Nicht so am gleichen Zeit, gleicher Ort, gleicher Stoff, gleiches Tempo. Weg davon. Wir würden es wissen, ist aber schwer. Die brauchen für moderne Unterrichtsformen immer so ein Feedback. Also hier, Feedback ist wichtig. Und wenn es eine Aufgabe ist, richtig falsch. Aber bei kreativen Geschichten Feedback. Und da ist so ein Feedback, das sie abgeben, digital einfach einfacher zu handeln. Weil ich habe hier keinen Heftstapel auf meinem Schreibtisch. Wenn das Heft bei mir liegt, hat es das Schüler nicht. Es ist einfach doof. Und so kann ich da jederzeit dann, wenn ich Zeit habe, schaue ich mal kurz rein, ganz schnell. Und sage, passt, passt nicht. Die App Viana ist spannend. In der Mechanik geht es um Bewegungsanalysen. Und die macht das automatisch. Also Video-Wump. Und dann habe ich hier Abstände. Wir haben schon angefangen, das analog zu machen. Wir sind zur U-Bahn gelaufen. Und die Schüler haben das ganz analog gemessen. Im ersten Versuch. Das war der erste Schritt. Im zweiten, so teilanalog. Ein Video, das sie selber hier so ausgefüllt haben. Das war noch alles zu Fuß. Und dann kam erst im nächsten Schritt die Viana-Analyse. Da sind auch Schüler rumgehüpft. Und dann kommen da die Graphen raus, die wir dann genau untersucht haben. War spannend. Was auch gut ist, ist Quiz Academy. Da hat man jetzt hier so Karteikarten oder Quizze. Also ich habe hier Karteikarten-Stapel gemacht. Also dass man in der Physik mit der Sekunde rechnet und nicht mit der Minute. Das ist was, das muss man einfach auswendig lernen. Das ist ja nicht schwer. Und das fällt ihnen leichter, wenn sie so diese auswendig leeren Sachen mit Karteikarten machen. In der achten Klasse habe ich mit einer Webseite gearbeitet. Bei der CNE bin ich auf Taskcards umgeschwenkt. Das ist der Stoff zum Thema Strom, den die können mussten. Also Aufgaben und alles Mögliche. Das ist niederschwellig, datensicher. Das ist gut. Also so ist alles beisammen. Simulationen haben den Vorteil, dass man eben im realen Draht die Elektronen nicht sieht. Aber hier sieht man die und dann versteht man viele sehr viel besser. Und ja, wo wir stehen? Wir stehen hier. Also wir haben immer noch Papierbuch und auch wenn wir ein Tablet haben. Und diesen Weg haben wir jetzt geschafft und es muss weitergehen. Also das dauert noch. Also wir wollen, also das ist das Ziel. Und damit wir noch einen Schritt weiterkommen, braucht es meiner Meinung nach vor allem digitale Schulbücher, Open Educational Resources, Lernsoftware, die dynamisch darauf zugreift. Und ein Nährstablet hätten wir schon mal. Also hier habe ich da ein bisschen so Einführungen gemacht, wer noch nicht genug hat. Und dann kommt es irgendwann zur Augmented Reality. Aber deshalb noch Zeit. Und dann kommt es noch mal.